Ja, hallo, das geht wieder los hier bei Age of Empires. Und zwar machen wir heute wirklich, das ist jetzt die finale Mission des Aktes. Wir befassen uns heute mit dem Jungbrunnen. Na ja, ein Schatz. Egal. Unser erstes Ziel ist es, den Jungbrunnen mit Feuerschiffen zu rammen. Na, mit einem. Wir werden ihn natürlich mit einem reinrammen, damit er am meisten Schaden kriegt. Ja, und da fangen wir jetzt mit an. Diesmal haben wir auch wieder Musik dabei. Keine Ahnung, warum die letztes Mal deaktiviert war. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir ja schreiben. Dann kann ich das nächstes Mal beheben. Gut, und solange die da ist, werden wir auch nicht angreifen, den Feuerschiffen, weil die uns nur an Problem bereiten wird. Oh, scheiße. Mussten wir das leider so machen. Wir werden jetzt mal die große Kanone erobern, bevor wir damit unsere Feuerschiffen, den Jungbrunnen, attackieren werden. Ist das ein heilendes Gebäude? Ne, dann müssen wir uns kaputt machen. Wie sieht denn so ein Zelt aus? Wir machen die Regen alles kaputt. Das ist eigentlich besser. Gibt ja auch mehr Erfahrung. Ein Marktplatz in den Schuttelrasch. Da ist doch schon die Kanone. Wir haben den großen Kanone erobern. Wir können uns erst mal auf die Schuttelrasch. Wir haben die Schuttelrasch, um auf die Schuttelrasch und Landkampel zu füllen. Und erst mal da auf die Schuttelrasch. Das Vortragsch. Ja. Wir haben... Wir haben... Wir haben mit den Dorfzern ausgekommen. Und unsere Kanone, bevor wir dann noch auf den Autopost Jetzt können wir eine Unbeast auf der Südseite Oh, schön, wir haben Dinge. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Ach ja, das können wir ja auch machen. Das werden wir auch tun. Oh, die kann man das doch erst mal machen. Und wir... Ah, was haben wir gebaut? Wir brauchen... ...eine Dinge. Oh, nee, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ja, ich meine es, Sir. Ja. Die Kanone, hat die alles kaputt gemacht? Erwachsen! Ah, super, die Mühe können wir auch noch damit verstören. Wenn das Lager kaputt ist, dann ist es wenig einfacher. Und wir holen uns jetzt schon mal... ...unsere Artillerie, Division. Oh, weiße Wölfe. 23 Erfahrungen bringen die krank. Wir werden mal die Kanone in Gruppe 4 packen. Na ja! Verwachsen! Was haben wir das? Wir haben uns schon noch... ...die Mühle haben wir noch nicht gebaut, oder? Ne, dann... ...und dann die Mühle... ...und dann die Falconette. Ist der Müde schon angetroffen? Nein, ne? Gut, dann können wir einfach mal so lang... mal hier... Super, die Mühle ist da. Das ist so hart, die Kanone. Das ist klasse. Hm... Jo, dann holen wir uns jetzt zum Dorfzentrum. Warum kann ich nicht darauf feuern? Ach ja, genau. Die Kanone kann nicht unbedingt gegen alles feuern. Wir müssen jetzt hier ein bisschen verteidigen. Weil die Kanone hat halt... kann halt nicht zu tief schießen, ne? So, jetzt wird die Kanone so oft auf den Jungenboden vorhanden. Jetzt wird massig leben. Und das Ding zieht mit jedem Schiss 300. Das heißt, das ist eine Mission, die etwas länger dauert. Ähm... bedeutet für euch im Endeffekt, dass ihr mehr Parts zu sehen bekommt. Jetzt sind es, wie Okay? Kommandament. Warn! Pakt? Kommandament! Wicht! Wicht! Wunderschöne! und mit! Wunderschönen! Tönen! Ungefähr. Wenn wir uns mal die Werte angucken, der Antischiffangriff beträgt 1000. Wir werden uns auch noch mal, ja, zwei Galeonen müssen wir uns endlich mal leisten. Schon 10, ne? Gut, aber jetzt war das Dorf dann nun fertig. Boah. Ja, jetzt komm. Ja, die Hobbitzen sind immer so langsam. So, vier Dorfbewohner. Weil hier ist es nicht schlecht, ne Seemacht zu haben. Jetzt wüssten wir nicht mal irgendwann die Hobbitzen. Ah, endlich. Schon geht das Ganze viel schneller. Ach, da ist die Kaserne. Oh, da, Mann. Ich glaube, das war's dann mal, das Lager. Heil? Heil? Hörgister. Heil? Hörgister. We've got to keep up our attacks on the fountain of youth. Mach' ich doch die ganze Zeit. Wenn dieses Schiff da nicht wäre, dann könnte ich auch mit meinen anderen Dingen angreifen. Hm. Dann, als nächstes... Doch, Bruna. Nein, nicht Hörgister. 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 Bino 4. Warum sind denn das jetzt nur drei? Es müssten doch eigentlich vier sein. Ready. Ich glaube, wie 10.000. Ne, mehr. 2.000. Die Kaserne wurde zerbrochen. Ja, das sind die doch da. So, wir werden hier auf jeden Fall die Galeonen aufpippen und werden uns dann mal ein paar Galeonen zulegen. Nämlich fünf Stück. Komm, Mann, ready. Tegere. 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 Tegere.